Wie komme ich von innen nach außen? Fantasien lassen sich mit, der und durch die Institution ermöglichen. Man reist anders, wenn man als Institution reist. Die Fremde bekommt eine andere Form. Als Exkursion, als Studienreise oder Erstbegegnung mit einer anderen Universität und der Aussicht auf Partnerschaft. Es gibt einen Auftrag, eine Verantwortung, ein Ziel. Es ist das Gegenteil von Erholung. Vielmehr ist es eine der herausforderndsten und riskantesten Arbeitsformen. Hätte ich mich damals in Klagenfurt mehr in Gruppendynamik ausbilden lassen, die zudem als Partnerin der Philosophie auftrat, mit den gleichen Protagonisten? Das Welthaltige für sich muss man wollen. Aber eine Institution ist hierfür eine ziemlich ideale Projektionseinrichtung. Wie komme ich von außen nach innen? Das scheint schwieriger. Dabei gibt es die HFG nur, weil es ein anderes, größeres, mächtigeres gibt. Ein System, eine Kultur, ein Nationalstaat, der Westen. Und damit sind auch schon die Probleme Konflikte benannt. Alle Feindbilder, alle Kriege und entmenschlichenden Dinge, die ökologischen Desaster und die krassen Ungleichheiten, mögen einem Destruktionswillen in uns entsprechen. Aber diese Dinge ignorieren, das Außenweg blenden, die eigene Blase feiern, ist genauso destruktiv. Anfang des 19. Jahrhunderts malte Theodor Jericho ein Zyklus von Bild dessen Monomaner. Sein Geisteskranker mit militärischen Größenwahn ist möglicherweise eine der hellsichtigsten Malereien inmitten einer Kultur, die sich darauf vorbereitet, die Welt zu erobern. Solidaritätsanzeigen, eine Antikriegsillustration oder Illusion sind wichtig. Doch es geht um kommunizierende Röhren. Die oft hilflos anmutenden Zeichen verweisen auf eine Leerstelle. Vielleicht reicht das Vertrauen in die immanente Kraft der eigenen Kunst oder des eigenen Designs, ob als Widerstand oder als Alternative. Jedoch, gelingt es zwischen Abschottung und Indifferenz, einen dritten Weg zu finden? Lasst uns ein letztes Mal fantasieren. Raus aus dem verordneten Solipsismus. Ein kollektives Bewusstsein ausbilden. Das vorausschauende Mitdenken des digitalen Wandels mag wichtig sein, aber das Mitdenken der Krisen der aktuellen Welt ist sicherlich gleichermaßen relevant. Es gilt, die alles auseinanderreißenden Fluchtgeschwindigkeiten, die allgemeinen der Systeme, wie die Einzelner, Verwirrter, Selbstverbogener abzustocken. Das ist ein zweiteres Mal das, was die Angelegenheit macht. Herr Williamson, die Leerstelle von der Jahre betracht kann. Das ist ein sehr guter Widerstand. Das ist ein sehr, sehr, sehr. Die Leerstellen ist ein sehr guter Widerstand. Das ist ein sehr guter Widerstand, der sich hingegen, der man ein Widerstand Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 JobSeeker 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 JobSeeker